Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin Johanna und ja, heute in diesem Video bin ich auf der Suche. Und zwar nach Journalisten, die genauso wie ich hier auf YouTube aktiv sind. Wieso das Ganze? Für das Generator-Projekt, ja, habe ich ganz coole neue Formate auf YouTube gefunden und dafür bräuchte ich eben auch andere Journalisten, die hier auch aktiv sind. Natürlich fände ich es auch super, um sich generell zu vernetzen, ein bisschen auszutauschen, aber genau, für verschiedene Videoprojekte brauche ich eben Journalisten, die ab und an oder regelmäßig auch auf YouTube sind. Bist du so jemand oder du kennst jemanden, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich blende dir gerne Möglichkeiten hier an der Seite ein und ja, es würde mich auf jeden Fall freuen. Du kannst auch gerne Leute kommentieren oder ja, mich versuchen über die sozialen Netzwerke zu kontaktieren. Das wäre auf jeden Fall super. Ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Hilfeaufruf hier heute oder Suchaufruf besser gesagt. Ansonsten, wenn du dich gefragt hast, aber was ist jetzt eigentlich dieses John-Norator, wovon sie vorhin geredet hat, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch in der Infobox und blende es euch hier oben auch nochmal ein. Ansonsten freue ich mich, bis aufs nächste Mal. Macht's gut! Das war's 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 gut! Mit meiner Angst! Und ich habe ihn auch eigener und hatte Angst, dass ich auch gleich in der Mitte die Welt. Das war's gut! Und ich habe es gut gemacht! Und ich habe ihn auch gut gemacht.